Gucken wir uns mal kurz die DIY-Pedale an, weil Korni hat die scheinbar gebaut. Moin Leute, ihr habt die Tage sicherlich gesehen, dass ich auf Facebook und Instagram etwas gepostet habe, und zwar ein Do-It-Yourself-Force-Feedback-Pedal, beziehungsweise ihr habt nur was auf dem Boden stehen sehen, was sich bewegt hat, und ich habe dann was dazu geschrieben. Nun, das war kein Scherz, ich habe tatsächlich so ein Exemplar bei mir zu Hause liegen. Ein Kollege von mir, der sehr tief mit in dem Projekt drinsteckt, möchte ich das mal sagen, hat mir die Möglichkeit gegeben, das vorab bei ihm mal zu testen, und hat mir am Ende dann so ein Kit mitgegeben. Was soll ich sagen? Mega, vielen, vielen lieben Dank, tausend Dank dafür, und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Aber ich möchte heute mit euch über fünf Dinge reden. Ganz einfach, was es kann, wie es sich einstellen lässt, was ihr einstellen könnt, wie es damit zu fahren ist, und was sonst noch ziemlich cool daran ist. Und da wir gerade dabei sind, eine Liste aller Teile, die ihr benötigt, und noch tiefer ins Detail gehende Informationen, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr absolut alle Informationen und auch den FFB-Pedal-Discord. Sorry, dass ich da mal hingucke, ist einfach zu cool, ihr könnt es nur noch nicht sehen, aber das verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Und da erfahrt ihr, wenn ihr noch tiefer ins Detail gehen wollt, auf jeden Fall noch mal viel, viel mehr. Und ich kann euch sagen, das geht schon sehr ins Detail, wenn man möchte. Das wird auch sehr gut beschrieben. Die Banane fürs Gehl, Alter. Geht schon sehr ins Detail, wenn man möchte. Die Banane fürs Gehl. Oh. Okay, das holt mich ab. Die Banane ist es. Das wird auch sehr gut beschrieben. Solltet ihr generell Fragen haben, sprecht mich einfach auf Discord an. Oder auf dem Pedal-Discord könnt ihr natürlich eure Fragen und euer Projekt vorstellen, wenn ihr noch irgendwas wissen müsst. Oder ihr fragt mich einfach im Stream. Bei den meisten Sachen kann ich wahrscheinlich helfen. Ihr seht hier gleich eins der coolsten DIY-Projekte überhaupt, die ich kenne. Das ist wirklich mega cool. Ich dachte schon, dass mein Porsche-Eigenbau, mein Cup-Porsche-Lenkrad, dass das schon cool ist, das zu zeichnen und natürlich dann auch zu löten und zusammenzubauen. Funktioniert hervorragend. Seht ihr ja immer im Stream. Hat auch schon viele Rennen hinter sich. Aber das ist ein ganz anderes Level. Glaubt mir. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen klobig aus. Und für den einen oder anderen nicht ganz fertig. Aber aktuell, so wie das hier steht, gefällt mir das richtig gut. Ich könnte hierfür noch ein komplettes Gehäuse drucken und alles verschwinden lassen, sage ich jetzt mal. Aber gerade jetzt, so wie es hier ist, finde ich super. Man kann da super dran arbeiten. Und falls man was ändern möchte, dann kann man das erstmal so lassen. Finde ich eigentlich ganz gut. Und wichtig vielleicht noch, für jemanden, der sich sowas nachbauen möchte, ihr bestimmt quasi, wie teuer das wird. Also ich sage mal, die Low-Sale kosten 10er. Man kann die auch ein deutlich kleiner nehmen. Dann kostet die aber schon einen ganzen Batzen mehr. 50, 60 Euro sind dann kein Thema. Das gleiche gilt auch für die anderen Komponenten. Wenn ihr Glück habt und das passt alles mit, zum Beispiel, einem Angebot, dann kommt ihr mit guten Preisen weg. Und dann liegt so ein Set bei ungefähr zwischen 220 und 250 Euro. What? Was? Zum Beispiel in einem Angebot, dann kommt ihr mit guten Preisen weg. Und dann liegt so ein Set bei ungefähr zwischen 220 und 250 Euro. Wenn ihr euch jetzt sagt, oh Mann, ich hätte das gerne, aber ich kann das nicht. Oder ich habe sowas noch nie gemacht. Es gibt bestimmt den einen oder anderen in der Community, der euch bei gewissen Sachen helfen kann. Ob das Löten ist, Teile drucken. Oder wenn man zum Beispiel sowas hier macht. Oh Gott. Aus 4 mm Edelstahl. Das ist sehr stabil. Das biegst du nicht mal eben so. Wenn ihr da jemanden habt, der gerade im Metallbau oder so unterwegs ist, oder ihr fragt im Discord, dann kann man sich sowas Feines auch noch bauen lassen. Das gleiche gilt natürlich für die gedruckten Teile, fürs Löten. Da wird sich bestimmt jemand finden, der euch helfen kann. Aber schauen wir uns das ganze Ding nochmal im Detail ein bisschen genauer an. Wie ihr sehen könnt, seht ihr hier das Plastikzeug. P-E-T-G-C-F. Also mit Kohlefaser-Bestandteilen. Das Ganze gedruckt. Super stabil. Wirklich. Könnt ihr euch noch Seitenteile machen, damit euer Fuß nicht abrutscht. Kennt man ja auch von den Pedalen, die es mittlerweile so gibt. Und dann testen wir auf jeden Fall, wie gut das hält. Weil es sehr leicht ist. Fühlt sich auch sehr gut an am Fuß, muss ich sagen. Also mir gefällt das persönlich sehr gut. Aber auch das fühlt sich gut an. 4 mm Edelstahl. Edelstahl und das hält auch. Also wirklich sehr gut, sehr massiv. Also mich würde es wundern, wenn du 4 mm Edelstahl kaputt machst. Hol mal Bier. Geht mal zum Probieren. Geht natürlich das gleiche. M12 Aufnahme mit einer Stopp-Mutter. Da seid ihr also auch ready to go bei der ganzen Nummer. Und wie ihr seht im Grunde gleich, das halt hier eine sehr stabile Variante ist. Auch noch ein bisschen hoch. Muss ich noch ändern. Das ist aber kein Problem. Gibt hier hinten oder vorne, kann ich euch ja zeigen, zwei Schrauben. Könnt ihr hoch und runter setzen mit der Mechanik. Das hier gedruckt in PETG-CF. Das könnt ihr euch natürlich nach euren Vorlieben machen. Da findet ihr auch die Informationen und die Teile, die ihr dann ausdrucken könnt, findet ihr dann auch auf der GitHub-Seite. Und das, was ihr hier sehen könnt, ist ein ISV57T-130S-Servo mit kurzer Motorwelle. Wichtig, falls ihr nur an den Motor kommt mit der langen Motorwelle. Es gibt zwei Modelle davon. Dann kann die Welle gekürzt werden auf die Länge, die ihr dann braucht. Der Motor hat ca. 130 Watt und einen Enddrehmoment von ca. 0,45 Newtonmeter. Der Motor wird später befestigt an einen solchen Linearschlitten wie diesen hier. Den findet man z.B. auf AliExpress. Dieser hier hat einen Hub von 100 Millimeter. Um die Teile später miteinander verbinden zu können, also Pedalplatte und natürlich den Linearschlitten. Das Internet ist voll von Scheiße. Also im Internet gibt es echt viel Scheiße. Und dann gibt es solche Helden. Und das sind für mich Helden aus dem Alltag. Die wissen das nur nicht, die sowas entwickeln. Und das dann auch noch zur Verfügung stellen. Das sind für mich wahre Alltagshelden. Das ist einfach... What the fuck? Ganz ein Bauplan. Benötigt ihr vier von diesen Wellenhaltern. Und natürlich auch eine Gewindestange oder Schraube in M12. Die Loadcell und die Kugelköpfe haben jeweils ein 12 Millimeter Innengewinde. Und wenn ihr das Ganze spielfrei gestalten wollt, könnt ihr z.B. ein bisschen Tesa oder Teflonband nehmen. Aber dann ist die komplette Mechanik auch absolut spielfrei. Als Basis, damit das Ganze nicht so massiv aufbaut, ist das hier die richtige Wahl. Ein 20 mal 80 Profil oder ein Systemprofil, kennt man ja von den ganzen Ricks, die es so auf dem Markt gibt, mit Nut 5. Das heißt auch Nutensteine Nut 5 braucht ihr und natürlich M5 Schrauben, um den Schlitten und weitere Bauteile am Profil befestigen zu können. Ich weiß, wer das alles schon in seinem Warnkorb hat. Ich kenne schon mindestens eine Person, die das im Warnkorb hat. Eine. Die vier Aufnahmen schraubt ihr ans Profil und an den Schlitten, um das Ganze miteinander verbinden zu können. Apropos weitere Bauteile. Hier seht ihr die Elektronik, die für die Funktion benötigt wird. Hier ist schon alles fertig verlötet. Und da ich weiß, das ist einfach nicht jedermanns Sache. Ich habe aus erster Quelle erfahren, dass es aber in Kürze die ganze Elektronik wohl fix und fertig bestellt werden kann, um dann das ganze Thema löten umgehen zu können. Auf der linken Seite seht ihr noch, würde ich jetzt mal sagen, noch ein sehr großes Bauteil, welches aber auch in Kürze sehr viel, oder sehr, sehr viel kleiner wird. Das ist aber der Anschluss für euer Netzteil und sorgt gleichzeitig mit einem Elektrolytkondensator, das musste ich leider ablesen, in Verbindung mit einer Schottky-Diode für mehr Sicherheit bezüglich des Servomotors. Wie vorher schon erzählt, da kann man richtig einen Deep Dive in das Thema machen. Aber das lasse ich für die Leute, die sich mit Stromspitzen, Stromschwankungen, Frequenzen und so weiter auseinandersetzen möchten. Das sollte jedem klar sein, die beiden Systeme sind voneinander getrennt. Das heißt, wenn ihr irgendein Update macht oder ihr wollt hier irgendwas verändern, dann macht das Ganze Strom los. Strom raus, Stecker weg, ihr habt gar keinen Stress, denn die USB-Versorgung sorgt quasi dafür, dass ihr Updates am Pedal selber machen könnt. Das heißt also, ihr müsst nicht daran arbeiten, und das solltet ihr auch nicht tun, während der Motor Strom bekommt. Der ist nicht nur sehr schnell, der hat auch extrem viel Kraft, gerade auf der kleinen Welle, und ihr könnt euch da sehr schwer verletzen. Also dafür, dass, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass Corny nicht so viel Ahnung hat, habe ich das jetzt richtig verstanden? Klingt das ziemlich flüssig und sehr schön erklärt. Also dafür mal ein Kompliment. Gerade wenn die Mechanik noch so offen ist. Da ich schon 30 Jahre mit so offenen Mechaniken, auch natürlich durch die Arbeit... Habe nichts gesagt. Vergessen wir das wieder. ...weit, aber auch durch Modellbau viel damit zu tun habe, weiß ich immer, das Beste ist immer, kein Strom auf dem Motor. Und im Modellbau ist es zum Beispiel das BEC, das für die Stromversorgung zuständig ist. Dann könnt ihr daran arbeiten, ihr könnt Updates machen und so weiter. Und wenn das alles fertig ist und eure Finger sind da nicht mehr dran, dann könnt ihr Strom aufgeben. Also achtet da bitte drauf. Das ist das Einzige, was ich euch wirklich ans Herz legen kann. Ja, denn die braucht ihr noch für was anderes. Verbunden wird das Ganze natürlich dann via USB-C. Der Controller, der hier zur Verwendung kommt, ist ein ESP32. Software und Treiber sind ebenfalls in GitHub zu finden. In der Anleitung, die ich euch unten verlinkt habe. Und ja, dann können wir das eigentlich mit dem PC verbinden. Ans Ring montieren, beziehungsweise erst ans Ring montieren, dann mit dem PC verbinden, dann Strom drauf. Und mit der Software verbinden. Apropos Software, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und für alle, die schon länger in Simracing sind oder Flight-Simulatoren oder was auch immer. Alles, was ihr so an eurem RIG steuert, da sagt euch bestimmt der Name Simhub was. Und die haben das unfassbar meisterlich gelöst, indem die ein Plug-in gebaut haben, welches ihr in Simhub einfügen könnt. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, steuert ihr das Pedal tatsächlich über Simhub. Was? Noch so eine kleine Sache bezüglich einstellen. Und bevor wir im RIG sind, kann ich euch eben das hier kurz zeigen. Ihr müsst, um die Schematik in der Software richtig einzustellen, oder die Kinematik, müsst ihr diese Punkte, müsst ihr euch ausmessen. Und einmal diesen hier. Um das Ganze einzustellen, damit das dann auch in dem Spektrum läuft, wie es soll. Gut, da müssten wir uns eigentlich nur noch um ein paar Settings kümmern, das Ganze einstellen. Los geht's. Sorry für den Ton. Mal eben Pedal abbauen. Eine Stunde habe ich jetzt gebraucht. Ja, ich fühle das so sehr. Oh, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Zwei Schrauben ausgenudelt. Könnte ich durchdrehen. Nee, die Schrauben sind durchgedreht. Oh, ich fühle das so sehr. Ja, 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 ich fühle es so sehr. Oh, haha. Ah, sind ja nur zwei Schrauben. Yep, aus zwei Schrauben wurden, oh scheiße, ich muss nochmal zum Baumarkt. Ich brauche neue Bohrer. In Simracing wirst du nie fertig. Weiter geht's. Also, wir sind, wie ihr sehen könnt, auf Mugello unterwegs. Wir sitzen im Audi und das sind im Moment meine Einstellungen, die ich hier drauf habe. Das ist einfach insane. Das ist insane, dass das in Simhub drin ist und du nicht irgendwie so ein extra, das ist halt richtig tolle Arbeit. Und ich habe ja gesagt, dass das nicht nur ein Force-Feedback-Pedal ist, sondern ihr könnt auch den ABS-Effekt einstellen. Und ich konnte das ja, hatte ich ja schon am Anfang vom Video gesagt, schon mal bei meinem Kumpel testen. Und ihr habt den ABS-Effekt an. Auf Sägezahn-Modus. Ihr könnt auch noch eine Sinuskurve einbauen. Bei Weg. Also, über den Weg, nicht über die Kraft. Habe dann 1,75% eingestellt bei 15 Hertz. Damping habe ich auf 0, das habe ich ja generell immer aus. Auch beim Lenkrad. Und 12 Kilo Preload. Fühlt sich eigentlich ganz gut an, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt hier so mit meinem Fuß da so gegentrete, das kommt ganz gut. Gas ist ganz normal. Pedal ist connected. Und 69 Kilo. So habe ich das ungefähr auch bei meinem Häuschenfeld eingestellt. Beim Preload und beim Weg müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausprobieren. Aber da ihr jetzt mal sehen könnt, beziehungsweise wir machen das so. Wir fahren jetzt. Und dann könnt ihr das Ganze mal mit dem Input sehen. Los geht's. Sehen könnt ihr jetzt also schön die Inputs. Auch vom Pedal. Fit Speed Limiter nicht vergessen. Los geht's. Bild. Einfach nur wild. Bild. Du siehst doch, dass hier irgendwas drauf ist an Force Feedback. Also was weiß ich nicht, aber du siehst es halt, weil die Kurve hügelig ist. Das heißt, das Pedal bewegt sich in irgendeiner Form. Würde ich jetzt mal schätzen. Zumindest ist das bei mir immer, wenn der Motor, also der links an sich. Das heißt, das ist das bei mir immer, wenn der Motor ist. Das ist das bei mir immer, wenn der Motor ist. Ist das geil, Alter. Ist das geil. Okay. Also. Auf geht's in eine fliegende Runde, würde ich sagen, oder? Exit war so lala. Das ist halt so geil. Und das ist ein 3D-gedrucktes Teil. Wird man schön, wie das ABS reintritt. Also. Der Pedal ab. Super anspruchsvoll. Und ihr seht ja die kleinen Wellen da drin. Das ist das, wo das Pedal mich versucht, vom ABS abzuhalten. Ich hab's geil abgefahren. Das ist halt richtig geil. Die lachen, Alter. Er kann's halt selber auf dich so glauben. Ich weiß gar nicht, ob er vorher das Active Pedal gefahren ist. Ich hab das noch nie, also ich bin's mal gefahren, aber nie ausreichend getestet so. Also ich kann mir das nur gut vorstellen, wie es gerade ist so. Okay. Krass. Gucken wir mal in eine erste Runde. 48.4. Wie geil, Alter. Boah, ein bisschen zu viel gebremst. Ja, das war zu viel. Ich freu mich für Korni, dass er das ausprobieren kann. Finde ich für. Also üblichen Fahrfehler, wie immer. You've got a bear full of fuel. Also übliche Fahrzeuge, wie immer. Die Scheiße ist, ich habe keine Ahnung von Elektronik. Ich habe leider keine Ahnung von Elektronik. Das ist auch einer der größten Gründe, warum ich meine Buttonbox noch nicht gebaut habe. Das ist halt richtig geil. Ja, aber so eine Platine-Co-Drive, also ich würde mich niemals an der Platine ran machen. Und hier musst du die Platine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, selber machen. Also die Aufgabe, das habe ich bei meinem Papa gesehen und da sehe ich mich einfach. Also dafür habe ich nicht genug Feingefühl für sowas. Also so löten, das ist alles noch okay. Also so Buttonbox-technisch, das löten, alright. It's all good, so, aber nee. Das ist halt wirklich sehr geil. Funktioniert. Funktioniert ganz normal. Also wie ihr gesehen habt, fahren läuft, wunderbar. Man muss sich, muss man sich wirklich dran gewöhnen, auch gar an den ABS-Effekt. Ja, ich mache das mal leise hier. Man muss sich an den ABS-Effekt gewöhnen, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich bin ja vorher ohne ABS gefahren. Ähm. Das ist cool. Anders als Vibrationsalarm. Das ist cool. So nenne ich das einfach mal. Gibt es von The Magic oder andere kleine Motoren, die ihr an eurem Pedal befestigen könnt. Das glaube ich. Das waren jetzt nur drei, vier Runden. Das wird sich natürlich, werde ich das weiter testen. Und der beste Test eigentlich dafür ist Montagabend immer. Dann machen wir Community-Training. Das steht jetzt an Imola. Das heißt also, das nächste, was ihr seht, ist Imola, quasi der direkt der erste Test im Community-Training. Ich weiß noch nicht, welches Auto ich fahre. Und dann werden wir das Ganze weiter auf Herz und Nieren prüfen. Jetzt überlege ich gerade noch, fehlen noch irgendwelche Infos, die ihr braucht? V-Joy passt. Auto-Read, Auto-Connect passt auch. Einstellungen ist 200 Kilo Low-Cell eingestellt. ABS eingestellt, 69 Kilo, 12 Kilo passt. 54 Prozent. 54 Millimeter Weg habe ich im Moment drin. Und, ähm, ja. Ansonsten fällt mir jetzt nichts ein. Wie gesagt, es funktioniert sehr gut. Und Community-Training ist der nächste Test. Ja, also, wenn ihr das Video hier seht, ist der Community-Abend wahrscheinlich schon durch. Ich habe das dann schon getestet. Und dann gucken wir mal, wie lange wir das dranlassen können. Wie gesagt, ich habe das hier. Teste ich das durch. Auch mit dem gedruckten im Moment funktioniert super. Kein Quietschen. Und vor allen Dingen ist es auch kein Spiel, ne? Gar nicht. Also, überhaupt nicht. Ähm, wenn du das Pedal berührst. Ähm, durch den Preload hast du natürlich dann auch, äh, sowas wie eine Todzone. Das heißt also, ich lege meinen Fuß an und ich kriege keinen Output. Äh, das gefällt mir auch sehr gut. Und ja, ich würde sagen, das, äh, war's erstmal von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder es gefällt euch auch das Ganze, äh, drumherum. Wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, geht auf den Discord, auf den FFB-Pedal-Discord. Da wird es immer wieder Updates geben, auch in Bezug auf den Microsoft Flight Simulator. Also, so wie er das jetzt gerade unten hat, Lilo kostete das 250 Euro. Ähm, den man damit aufmachen kann, äh, oder fliegen kann. Ja, man kann sich zwei Stück, zwei Pedale bauen und dann habt ihr zum Beispiel, ähm, Seitenruder, was ihr steuern könnt. Ihr könnt das in Assetto einbauen und so weiter. Ihr habt auch noch, äh, TC-Kontrolle könnt ihr hier unten noch einstellen. Das ist so krass. Ich hab jetzt den ABS-Effekt an, auf Sägezahn, überweg, 1,75 Prozent, fühlt sich gut an. Vielleicht mach ich sogar noch einen Tick mehr. Es ist eigentlich, ist gar nicht schlecht. Und, ja, das erstmal alles. Äh, und dann muss man schauen, wie das über die Zeit funktioniert. Und das können wir halt nur, wenn wir es testen. Deswegen, das ist keine, keine Review von dem Ding, sondern wir gucken uns das an, hab ich ja gesagt. Finde ich gut. Und, ähm, da bin ich gespannt drauf. Probieren wir das jetzt weiter aus. Und, wie gesagt, jetzt ist, äh, Imola dran. Und da werde ich es testen. Geil. Danke fürs Zuschauen. Total interessantes Thema. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen oder übersprungen. Falls doch, unten in die Videokommentare könnt ihr das gerne, ich rede ein bisschen laut. Ähm, unten in die Videokommentare könnt ihr das gerne, äh, schreiben. Wenn ihr meint, da fehlt noch was oder ich hab irgendwas vergessen, euch zu erzählen. Dann, ähm, ja, schreibt ihr einfach oder halt im Discord. Meine Konfiguration vom Pedal werde ich im Discord posten. dementsprechend auch noch ein paar Infos dazu schreiben. Und ansonsten, unten sind alle Links, die ihr braucht. Ja. Danke. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Oder im Stream. Haut rein. Tschau. 250 Taler, Junge. Danke, Corny. Ich hab leider keine Ahnung, wie man das lötet. Also, vorm Zusammenbauen selber hätte ich echt keine, keine, also, keine Sorge, sag ich mal so. Die Platine löten, da seh ich mich einfach leider nicht. Die Platine löten, da seh ich mich einfach nicht.